Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube Kanal von WUTR. Heute seid ihr zusammen mit mir auf meinem SDR VS1 unterwegs. Das ganze auf Bokoropka. Eigentlich eine schöne Karte für den Jagdpanzer. Ich habe auch die gute Ausgangsposition, dass ich hier top tier bin. Es gibt nur 4 8er, ich glaube 5 7er und der Rest ist auch gefüllt mit 6ern. Unser Team ist, denke ich, sogar einen kleinen Zacken besser aufgestellt, wie das Gegner-Team. Aber schauen wir einfach mal, was ich machen konnte. Ich habe noch nicht mehr geboten. so jetzt erst mal schön herstellen und abwarten so und da geht schon der erste kv2 auf leider nur ein Dreckshot und meine teammates jetzt ja selber gerade mal ein Schuss ist da reingegangen auf dem kv2, die schießen alle sonst wohin da fragt man sich auch, ist das vielleicht das richtige Spiel für euch aber na gut so auf den 110er kann ich nicht bergen so 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 So, Charioteo gibt mir noch meine, aber nicht das Problem. So, zweite Kill für mich, 1200 Schaden haben wir auf der Uhr stehen, so jetzt kommt hier der Leiter angekrocht. Leider nur getrackt. Sogar noch mal angezündet. Leider hat er ein Feuerlöscher dabei. Der Burask stellt sich aber auch wieder sehr, sehr super an. Fährt auf dem freien Feld. Aber jetzt fährt er ja nicht, jetzt steht er ja bloß auf dem freien Feld. Noch besser. So, ist KV3 aufgegangen unter M6 A1. So, war unser dritter Kill. IS war nicht so super, was er da jetzt gemacht hat. So. 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 Ich ziehe jetzt noch etwas vor, um halt nach hinten mit in die Ecke reinwirken zu können. Let alone dann zur Tat existiert. So. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Unser Leid macht es hier wirklich gut. Unser Leid macht es hier. Das war auch Geschichte. Leider jetzt unser Leid auch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So. So. Das war's für heute. Aber sechs Kills reichen ja. Schöner Sieg muss ich sagen. War ne schöne Runde. So. Kommen wir nochmal zu die Gefechtsergebnisse. Das war für mich auf meinem SDR VS1 1. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.